Heute ist der Tag, jetzt geht es endlich los, sie erreichen ihre Ziele, denken sie groß. Ein bisschen Rüssenwahnsinn kann nicht schaden und auf einmal können sie fliegen, denken sie groß. Geben sie nicht auf und lieben sie den Traum, dafür muss man kein Genie sein, denken sie groß. In jedem Menschen steckt ein Visionär, setzen sie die Energie frei. Ich geb ihnen einen Tipp, denken sie groß, was weifeln sie so, übernehmen sie die Show mit dem richtigen Riecher. Sind sie der Lieder und spielen schon bald in der obersten Liga. Trinken sie den Ball, Kallsee auf Ex, zum Frühstück Blattgold auf die Smacks. Starten sie durch wie die Antonov, denken sie an Dollars und dann fliehen sie dem Moloch. Denken sie Trump-Trauer, das steht da. Ich baue ihn höher, zwei Kilometer, Flugzeugpräger, Leasingrate. Bezahl ich mit der schwarzen Kreditkarte, fahrt sie durch den Schlamm in nem Monster-Truck. Jagen sie die Beute wie ein Laubtier, scheffeln sie Milliarden, dann könnt sie waden, gewinnen sie jetzt genau hier. Heute ist der Tag, jetzt geht es endlich los, sie erreichen ihre Ziele, denken sie groß. Ein bisschen Größenwahnsinn kann nicht schaden und auf einmal kann sie fliegen, denken sie groß. Geben sie nicht auf und leben sie den Traum, dafür muss man kein Genie sein, denken sie groß. In jedem Menschen steckt ein Visionär, setzen sie die Energie frei, denken sie groß. Ich sitze in meinem Privatjet und öffne mein Schiebedach, flieg ne Riesenacht, hab grad an sie gedacht. Denken sie groß wie Keim und Zappetit, so wie Baumgartner-Bänner in der Seilfliege. In harten Zeiten muss man Leistung zeigen, wie ein Schwertransport voll mit Platinscheiben. Hier geht's um höher, schneller, weiter, kaufen sie kein Weedman, kaufen sie Jamaika. Bauen sie kein Reihenhaus, bauen sie ein Vorort und herrschen dort als glücklicher Warlord. Denken sie groß wie der Benzinverbrauch von nem Containerschiff, dann geht es bergauf. Wo bleibt der Biss, wo bleibt der Wille, lasern sie die Welt und dann weg mit der Brille. Sie müssen sich nur noch entscheiden, wenn sie bitte hier unterscheiden. Heute ist der Tag, jetzt geht es endlich los, sie erreichen ihre Ziele, denken sie groß. Ein bisschen Größenwahnsinn kann nicht schaden und auf einmal können sie fliegen, denken sie groß. Geben sie nicht auf und leben sie den Traum, dafür muss man kein Genie sein, denken sie groß. In jedem Menschen steckt ein Visionär, setzen sie die Energie frei, denken sie groß. Deine Menschen steckt es einfach den Hintern, zeigen sie nicht irgendwie sehr, 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 ж. Vad school ist ein Geordachter Film hoch przempl эксп hill ist. Geordacht hatНуfleisch wohl steckt darunter und leer bekommt keinen Leser Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020